Tank 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 ist ein Videospiel für das Nintendo Wii U Videospielsystem. Dieses ist noch nicht erschienen. Ich genusse es sehr, es zu benutzen, da ich diese Konsole vorher noch nie benutzt habe. Es ist sehr interessant. Der Tablet Controller hält sich sehr gut in der Hand. Das Spiel selbst ist eine 1A Arcade Umsetzung, wie man sie aus der Spielhalle kennt. Im Grunde ist das ganze Earth Defense Force mit Panzern. Man fährt durch die Stadt, man hat eine Aufgabe, man muss diese erledigen. Ein Spiel für echte Männer. Benjamin Wilhelm, Köln.